Ekahasta Ustrasana ist das Kamel mit einer Hand. Vom Fersensitz hebst du das Becken, du gibst eine Hand auf die Ferse und den anderen Arm nach oben und nach hinten. So hast du mit der einen Seite eine Stütze und mit der anderen Hand kannst du die Schwerkraft wirken lassen, sodass die Schwerkraft den Arm nach hinten gibt und dir so hilft, Brustkorb weit werden zu lassen und gerade im Bauch, Brust, Kehle weit zu werden und die Wirbelsäulen eine schöne Rückbeuge zu bringen.